neuen leute herzlich willkommen zu einem neuen video ich bin es wieder euer pet und heute bauen wir mal das baumhaus hier wieder weiter ich würde sagen wir fangen dann mal direkt an jetzt kommen wir hier wieder das grundgerüst weiter ja mal gucken wie weit war es kommt nicht wieder weit Jetzt sollte ich ja ein Schlafzimmer werden. Das ist verbaut. Ja. So. Schon mal gucken, dass ich wieder fertig. Ja, ich hab so einen Schlafzimmer gelernt, und dann schnau ich an die Kinder. so ich bin und und ich habe es lang genug und einfach noch ein bisschen glattstuff. Oh, die werden wir jetzt neu. Dann haben wir schon mal gleich, dass das Dach fertig ist. Na gut, dann wird das Dach schon mal fertig. Noch ein bisschen, das ist doch egal. So, jetzt wird es bestimmt ein bisschen Fenster hier zu Ende bauen. Dann würde ich nur sagen, dass ich vielleicht mal noch eine kleine Farm hier noch mache, wie bei einem Baumhaus, wo man auch immer genug Essen hat. Natürlich auch mit hier. So, jetzt noch ein bisschen Fenster. So, jetzt kommen wir hier wieder erstmal nach Thermo rein, damit es nicht immer gut licht. Ja, gut, dann machen wir mal hier. Vielleicht noch mal eine Treppe hin. Da geht's zur Höhe. Und dann kommt es zur Höhe. so obwohl es ein bisschen eng das könnte ja eigentlich die Farben sein die muss schön groß sein, das ist ja ganz wichtig damit man ja hier schön was machen kann oh so das muss ja ein bisschen anders aussehen naja, hier werde ich ein bisschen mit den Zeugen dann gleich arbeiten komm, überall mache ich noch ein Tuch das habe ich ja schon ach ja, hier noch das Brustbord so 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 gut gut jetzt werde ich hier nochmal entlang ziehen so damit man hier nicht aufhält dann brauchen wir natürlich das Glas wackeln und aber erstmal noch damit hier dann wir machen mal drauf jetzt so damit dann noch Wasser hier nach unten kommen muss so ich habe ja schon gedacht, dass es hier ein bisschen anders aussehen so so mal gucken vielleicht noch unten noch im Stall so mal gucken mal gucken vielleicht noch dass ich mich da vom Tier kümmern kann so hier auch nochmal Fleisch haben das ist ja richtig so 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 So. Jetzt müssen die dann alles nochmal aufdrechter werden. So. Und dann schonmal die Pflanzen oder die, die wir alle schonmal ranmachen. Ach, das war noch ein bisschen Weizen. Musst ja noch nicht so viel. Karotten. Und noch Koffeln. Hier kommt Koffeln rein. Und dann auch natürlich die 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 das war dann auch wieder mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen bis dann